Zurück aus der Pause. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ich muss ein wichtiges Telefonat gerade führen. Aber damit sind wir jetzt bestens gerüstet, hoffentlich, für die Arena. 5-1 steht es. Und dann können wir mal weiter aufsteigen. Ich überlege gerade, wie weit wir damit wo kommen. 7-1, äh, nicht 1, 7 oder 8 Wins. Weil man erklärt das Ziel von Anfang an. Und dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Schauen wir mal. Findet sich schon kein Gegner. Haben alle schon Schiss. Ach, doch, ein würdiger Gegner. Überraschenderweise diesmal ein würdiger Gegner. Ein Krieger. Okay, Krieger ist tendenziell nicht so stark in der Arena. Und ich habe schon eine schöne... Schade, dass ich keine Coinen habe. Ich habe schon Synergien. Ich lege den Bomber mal weg. Hab damit auch einen 3-Drop. Das gefällt mir besser. Pixel-Bit fragt, welchen Rang ich im Ranked habe. Irgendwie 17 oder so. Ich habe den Monat auch noch nicht gespielt. Ich habe nur mit dem Bonus-Stern von letzten Monat dann Rang 17 bekommen. So, dann packe ich das Rohr aus. Okay. Hat sich das schon erledigt. Vielen Dank, du Arsch. Das ist so eine starke Waffe. Vorher wie gesagt 3. Na toll. Das ärgert mich jetzt. Das Rohr gleich weg. Gleich eins aufs Rohr bekommen. Da ist die Stimmung im Arsch. Okay, ein Schreddern. Das ist ganz schön scheiße. Das Mana-Gespenst. Die haben alle nur drei HP, die ich ausspielen kann. Nichts auszuspielen ist auch nicht die beste Lösung der Welt. Das ist eine dumme Runde jetzt. Also der Anfang alleine mit der vorigen Kriegs-Axt. Alles nicht so super gerade. Der nächste Schredder, dann so starke Minions auch noch. Das fängt nicht gut an. Das fängt nicht gut an. Vielleicht hätte ich auch den 3-1er wegschießen sollen. Tatsächlich. Okay, das wird interessant. Was bekomme ich? Okay, das ist eine der besten Karten, würde ich jetzt mal sagen. 3 und 2 sind 5. Gott, wie rummig. Das ist eine der besten Karten. Das ist alles ein bisschen durcheinandergewirbelt. Das explosive Schaf und überhaupt. Wie sieht es denn aus? Er hat 6 Karten. Ich habe auch gleich 6 Karten. Ich habe mich ein bisschen zurück ins Spiel gebracht jetzt. Der Heal hat mir noch ein bisschen geholfen. So richtig geil ist es jetzt nicht. Mal gucken. Und eine neue Waffe. Oh, Waffen sind aber bitter. Jetzt kann ich die 5-2 erkennen. Nein, komm, 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 komm. Nein! Oh, das ist bitter. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Damit ziehe ich noch eine Karte. Das ist eine neue Karte, die ich eh langsam ausspiele. in den Eber verwandeln. 4-2. Schwierig zu sagen. 19 Karten noch im Deck. Ich habe so viele Karten in den nächsten Runden zu spielen. Achso, ich bin eh schon ziemlich kaputt. Fällt mir gerade auf. Jetzt habe ich gar nicht bemerkt, dass ich schon so low bin. Okay, vergesst es. Schreibt gerade Cox im Twitch-Chat, dass ich eh tot bin. Und das stimmt. Hm. Das war eine scheiß Runde. Die Waffen haben mir einfach zu viel... Was ist mit dem Deck-Tracker jetzt passiert? Hä? Warum ist mein Deck weg? Okay, jetzt wäre er da. Seltsam. Und ein Hunter, die nächste Klasse, die eigentlich nicht so stark ist in der Arena. So, den Kronen möchte ich noch nicht unbedingt nutzen. Nina freut sich schon auf das Rohr. Das ist eine gute Einstellung, Nina. So, als... Ne, das spreche ich jetzt lieber nicht aus. Ähm. Aber prinzipiell sich für das Rohr freuen ist auch eine gute Sache. Finde ich, äh... Egal, ich sag's nicht. Manche Sachen ist besser... Sind besser unausgesprochen. Okay. Ich gehe von der Snake-Trap aus. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lass mich in Ruhe. Okay. Das wird weh. Okay. Das tut weh. Dann lässt er den weiteren Verstolenheit, na gut. Na gut. Ah, da lässt er sich mal blicken. Einen Meck habe ich leider nicht. Wie macht man das denn jetzt? Drei, vier, fünf... Drei, vier, fünf... Gefällt mir alles nicht so. Gefällt mir so. Eins, vier. Das gefällt mir auch nicht. Gefällt mir alles nicht! Fangen wir mal an. Auch keine Snake-Trap. Was ist das für eine Müsse? Die neue Falle? Ne, das ist eine Paladin-Falle, die ich meine. Die Paladin-Fall ist die, wenn man drei Minions hat und einen vierten auch spielt. Was ist das für ein Kack? Es ist keine Freezing Trap, es ist keine Bear Trap, es ist keine... Autsch. Ah, eine Pfeilfalle. Das ist eine neue Pfeilfalle, okay. Die habe ich völlig vergessen. Dass die gibt, in der Tat. Pfeilfalle. Sachen gibt's. Natürlich kann ich nicht erst angegriffen hätte. Okay. Das bringt mir jetzt nicht so viel, das sind ganz schön viele Karten, die er jetzt zieht. Ich hätte ganz gerne einen Mech, damit der Goblin sprengen mag, geht ziemlich super. So ist er nicht so super. Damit kriegt er jetzt auch Menge Karten wieder auf die Hand. Mein Schild für Argus. Naja, dein Schild. Ich fange gleich mit deinem Schild. Leider Karten bis zum Abwinken. Das Arsch. Gefällt mir nicht so gut. So ein bisschen Karteneffizienz spielen. 19 Karten noch. Ich habe eh ein paar Fackeln im Deck. Werde ich das auf den schießen sollen? Ich weiß doch alles nicht. Das ist auch eine scheiß Runde. Nein, ich will jetzt nicht hier nach Hause gehen mit so einer... mit nichts. Das gefällt mir nicht. Alles wahnsinnig ineffizient und scheiße. Nicht nur ineffizient, sondern auch scheiße noch dazu. Ich weiß ja nicht. Plus drei, plus drei. Ich glaube es hackt. Ah ja. Alles klar. Dann kommt noch so ein Spinner dazu. Den man gerade gar nicht braucht. Und das natürlich auch noch. Noch eine Pfeilpfeile bitte. Die wäre mir ganz lieb sogar. Okay. Wollt ihr etwas in die Luft leiden? Natürlich. Triff ruhig alles. Tu dir keinen Zwang an, Alter. Was klopft du so? Die eine Fackel wieder da. Das Spiel ist mir viel zu knapp. Ich mag das nicht. Das ist ein Scheißspiel. Eine Scheißrunde. Mag nicht. Was kommt jetzt für ein Kack? Der Forscherhut. Au. nouveau. Du kannst. Ich suche das. Ich stambe. Und ich sage feelings. Es soll nichtşam. Das geht dir nicht anders. Die beiden in den letzten Runden gehen mir irgendwie voll auf den Sack. Die gehen den Krieger erst und gegen den Jäger jetzt. Ich weiß nicht warum, es gefällt mir irgendwie nicht. Die sind alles so, ja genau, sie hat Karten bis zum Umfallen. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Nein, dann sind diese Kaltmaster mit den blöden Pferden. Die sind alles immer viel zu... Da spielst du immer Karten effizient und dann kommt sowas und er zieht wieder 2 Milliarden Karten. Erst diese 3 Webspinner, dann das. Das ist irgendwie ein bisschen zu viel alles. Das klingt halt ein bisschen angekackt. So. Und dann ständig diese Kack-Secrets noch, die keine Sau will. Ja genau, wie viel Card Draw hat der noch? Mehr oder weniger direkt. Das ist doch Schwachsinn. Ich habe keinen Bock mehr auf den Spinner. Dein Vorschritt kann es dir auch in den Arsch stecken. Langsam reicht es. Meine Herren. Nicht zerspinnen. Ja genau. Webspinner, noch ein Webspinner. Und dann kann ich den noch charge. Das ist langsam ein Witz, das Deck. Ja, dann zieht immer noch alles Würscht immer wieder auf die Hand. Will er mich verarschen oder was? Das war's. Ey, 2... Wie viele Webspinner hat der jetzt schon? 7 Webspinner. 7. Das reicht doch jetzt langsam. Und hätte er denn noch einen? Der war nicht mal... Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch Schwachsinn. Der 8... Was für eine Scheißrunde. Die letzte Kackrunde. Unglaublich. Ich bin echt angekackt. So, was jetzt hier... Äh... Mal zumachen. Bin jetzt voll sauer. Voll angekackt. Weil das jetzt ätzend war. So eine dumme Runde. So, kann ich... Jetzt speichelt er sich mal. Aber jetzt beim Decktracker, den ich vorhin eingerichtet hab, kann ich jetzt mal mal eingeben, was ich bekommen hab. 115 Gold. Ein Classic Pack. Und keine Karte. Speichert super. Äh... Ja... Pfff... Hm... War jetzt... So Mitte... Bisschen... Die letzten... Die letzten zwei Runden waren scheiße. Hm... Hat mir nicht gefallen. Die nächsten vierai.